Wertvolle Tipps von Karl S. Okay, das klingt lustig. So Leute, ich habe eine Frage bekommen. Hey, super. So Leute, ich habe eine Frage bekommen. Karl S. Business. So Leute, ich habe eine Frage bekommen. Keine Ahnung, Glatzkopf, vegan. Achso, der ist ja nicht mehr vegan, gell? Der war doch und ist jetzt nicht mehr. Oder wie war das nochmal bei ihm? So, also. Darauf musst du bei Frauen achten. Ein Video von Karl S. So Leute, ich habe eine Frage bekommen. Und zwar, was sind denn Red Flags bei Frauen? Auf Insta. Ich dachte mir, dieses Video verdient doch mal ein YouTube-Video. Au ja, da sind wir echt gespannt. Was sind die Red Flags für Karl S.? Weil ich kenne sehr viele Männer, und ihr wahrscheinlich auch, da hat sich das Leben durch eine neue Frau massiv verbessert. Massiv! Wenn aber auch andere Männer, da ging das Leben, das Business, die Emotionen, alles komplett in den Keller und die waren danach raus. Geschäftspartner verloren, Mitarbeiter verbrannt, gute Kumpels, kaum mehr gesehen, die waren hinterher zerstört fast schon. Und deswegen gebe ich solche Dinge einfach gern mit. Geil. Will jetzt auch hier keinen auf Dating-Coach machen. Ihr könnt euch ja mal anhören. Und danach sage ich aber dann auch noch dazu, du musst natürlich erstmal ein Mann sein, der so eine Frau überhaupt wert ist. Das heißt also, du kannst natürlich nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen, dir noch einen abwedeln, pleite sein, außer Form. Nein, du musst eine sehr ausgeprägte Muskulatur haben, du musst Millionär sein durch die Kurse von Karl S., du musst regelmäßig Tiere mit deinen bloßen Händen töten und du musst so eine Hose tragen, wo so ein Loch für die Hose ist, damit die immer raushängen, damit man noch sieht, dass du dicke Eier hast, dicke Eier. Ah, nur dann hast du eine Frau verdient, wie die, die Karl S. gerade vorschwebt. Unsozial, unambitioniert. Unsozial. Also offensichtlich muss Bildung nicht Teil des Mann-Planes sein, den ihr befolgen müsst, um dann die Frau wert zu sein. Also ungebildet dürft ihr sein. Das funktioniert bei Karl S. offensichtlich auch, weil der hat ja bestimmt übertrieben viele Frauen. Es geht natürlich nicht. Und ich dachte, mich macht das Video ein bisschen positiv, also keine Red Flags. Oh, super, positiv. Ach, Green Flags, also was sind denn positive Dinge, wenn die bei einer Frau eintreffen? Sehr gut. Dann weiß ich... Lass mich, ich sag's euch, lass mich raten. Äh, sie kann kochen, äh, sie stellt sich nicht in den Vordergrund, sie unterstützt dich dabei, dass du erfolgreich wirst, weil sie sich zurücknimmt oder irgend so ein Scheiß. Sie geht ins Fitnessstudio trainieren und hält ihren Körper in Shape für dich. Und sie widerspricht dir nicht irgendwie vor anderen. Irgend so ein Scheiß. Ich wette. Merkt euch meine Punkte. Schauen wir mal. Hey, die ist höchstwahrscheinlich super. Also. Und das ist jetzt primär meine Meinung. Ihr könnt da gerne andere Meinungen sein. Finanziell unabhängig könnte auch sein. Aber das würde, das würde sich so ein bisschen damit beißen, dass er sich hundertprozentig so eine Frau vorstellt, die sich zurücknimmt. Und jemand, der unabhängig ist, nimmt sich ja selber eigentlich nicht zurück. Aber gut, vielleicht labert er halt einfach auch durchgehend Bullshit. Oder ziemlich sicher sogar. War kein Problem. Hat mir natürlich auch ein paar Notizen gemacht. Also erstens mal, gute Mutter. Ja. Ja. Mutter. Mann. Mutter habe ich vergessen, natürlich. Mutter habe ich nicht gesagt, ne. Aber passt ja in das ganze andere mit Kochen. Okay, guter Punkt. Karl S., Chapeau, mein Lieber. Chapeau. Kinder mögen, soll auch den Wunsch haben, Kinder zu bekommen. Ja. Ohne Kinder wertlos. Frau, die keine Kinder haben will, ist Abfall. Direkt in die Tonne kloppen. Ist gar nichts wert. Eine Frau ist zum Kinderkriegen da. Und für sonst gar nichts. Sehr richtig. Karl S., Respekt. Du hast es drauf, mein Lieber. Super. Positiv. Das Video ist echt positiv bis jetzt. Und wenn eine Frau das nicht will, dann mache ich mir da immer schon meine ersten paar Sorgen. Darf natürlich jeder entscheiden für sich, wie er will. Na klar. Meine Meinung soll Kinder mögen und auch Kinder haben wollen. Ja. Punkt Nummer zwei. Nummer zwei. Das ist auch wieder ein kontroverser Punkt. Jetzt bin ich gespannt. Meines Erachtens nach sollte ein Mann gewisse Dinge machen können. Ja. Baumfällen. 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 Einen Hirsch mit bloßen Händen erlegen. Ringen. Ziegelsteine mit der Handkante zerschlagen. Sowas, ne? Wahrscheinlich. In Reifen flicken. Yes. Klempner Sachen. Yes, yes, yes. Bring noch den Rohrreiniger von Leon. Wir brauchen den Rohrreiniger. Und eine Frau sollte eben auch gewisse Haushaltskhältigkeiten können. Pass auf, jetzt kommt meine Liste. Auch, wenn dann später mal beide einen geilen Job haben, beide verdienen richtig gut und man kann sich das alles einstellen, ja? Köchin, Putzfrau und so weiter, finde ich trotzdem, sollte eine Frau das können, ja? Yes. Koch, denn. Der nächste Punkt. Bing, 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 bing. Der Wichtigkeit nach, sondern einfach alle mal aufgelistet. Einfach alle mal. Punkt Nummer drei. Also achten Sie nach. Jetzt koch. Sie sollte Freundinnen haben, die allgemein, wenn es geht, auch eine Beziehung haben, und Männer tendenziell eher positiv sehen und mögen. Positiv. Okay? Ach so. Sie soll also Freundinnen haben, die selber Freunde haben und dann wahrscheinlich nicht so genau drauf gucken, was der Karl S., der schlimme Finger treibt, damit sie nicht dann zu ihr sagen, du trenn dich lieber von Karl, der ist ein richtiges Schwein. Das möchte er nicht. Also die sollen einfach mit ihrer eigenen Beziehung beschäftigt sein. Versteht ihr? Wenn sie lauter Single-Freundinnen hat, die Männer hassen, dann bist du... Die machen... Das ist gar nicht gut, weil die gehen dann in die Disco, die trinken Alkohol, die reden mit Männern. M-m. M-m. Und die Freundinnen, die reden alle schlecht über dich und dann macht sie noch Schluss und dann war es das. Du kannst da nicht unendlich dagegen anhalten. Nee, kannst du nicht. Weil es ist ganz klar, wenn du mit einer Frau zusammenkommst, ab dem Moment, wo du mit der Frau zusammenkommst, werden die Freundinnen sagen, die Frau soll mit dir Schluss machen. Ganz klar. Das hat gar nichts mit dir zu tun, weil du etwa ein Arschloch bist oder unsympathisch oder die ganze Zeit nur über dein Geld redest oder Businesspläne machst oder deinen Mundwinkel immer so seitlich aufmachst. Nee, das ist einfach bei jedem Mann so. Frauen, die Single sind, wollen, dass ihre Freundinnen keine Männer haben. Das ist die Antwort. Und das ist die Erleuchtung, die Erkenntnis, die aus dem Auge der Pyramide kommt. Und das Auge der Pyramide befindet sich auch hier. In diesem... Wie soll man es nennen? In dieser ovalen, seitlich liegenden Pyramide ist das Auge des Oros drin und verbirgt die ganze Wahrheit über Frauen. Weiter geht's. Ist einfach so. Dann der nächste Punkt. Sie sollte selber ein positives Bild von Männer haben im Regelfall. Ja, also sie sollte eigentlich Männer-Fan sein. Also einfach, sie sollte einfach Fan von Männern sein. Männer, Männer, Männer. So sollte sie einfach draufsehen. Sie sollte alles geil finden, wenn ihr Mann im Garten Holz hackt mit nacktem Oberkörper, während der Bierdosen auf seinen Kopf zerdrückt. Sollte sie ihn anfeuern. Sie sollte einfach so Poster von, natürlich nur von ihrem Mann haben. Nicht, dass die Small Dick Energy irgendwie negative Vibes auslöst. Denn hier handelt es sich um ein Video, wo es only positive Vibes hat. Only positive. Weiter geht's. Sie sollte nicht die ganze Zeit negativ über Männer reden oder die ganze Zeit über einen Ex-Freund und so weiter und so fort. Oh, nee, das wollen wir nicht. Ja. Wenn sie das nicht macht, ist es die Green Flag. Sehr schön. Dann der nächste Punkt und zwar. Jetzt kommt's. Fitness. Sie sollte eher ein traditionelleres, weiblicheres Weltbild haben. Also einfach nochmal die ersten drei Punkte. Also kochen, Kinder kriegen und Fan von Männern sein. Also eigentlich nochmal, also Punkt vier, damit ihr das richtig versteht, sind einfach Punkt eins, zwei und drei komprimiert. Versteht ihr? Ist logisch, macht absolut Sinn. Es ist brillant, was der Mann hier macht. Der Mann weiß, wovon er redet. So eine Philosophie verfolgen und wirklich nicht unbedingt eine Feministin sein. Oh, nee, nein, 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 nein. Feministin, red flag, ganz klar. Frauen, Frauenrechte, Emanzipation, Gleichberechtigung, Gleichstellung, nee. Nee, 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 nee. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Karl, sag's uns. Nächster Punkt schließt sich an. Mhm, schließt sich an. Weiblich. Ja. Gut drauf. Oh, ja. Und nicht zu viele Probleme, harte Zeiten. Nee, 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 nee. Nicht zu viele Probleme. Einfach nur existieren. Einfach nur funktionieren. Waschen, kochen, Beine breit, Kinder kriegen, anfeuern. Aber nicht so, nicht mit eigenen Problemen kommen. Du Schatz, können wir mal reden? Mir geht's schlecht. Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Bitte konzentriere dich auf die Belange deines Mannes. Nur so funktioniert das Ganze. Okay? Ganz wichtig. Also ich muss schon sagen, der Mann spittet Facts. Facts. Das sind einfach Facts. Trennungen, Männer, die fremdgegangen sind und so weiter in ihrem Leben gehabt haben. Das will keiner wissen. Weil es wird dann meistens... Das ist, mein Gott, was interessiert, was interessieren mich denn vergangene traumatische Erlebnisse von der Frau? Was juckt mich das denn? Wichtig ist doch, ob sie jetzt performt als traditionelle Frau. Mich interessiert doch auch nicht, ob die Miele Waschmaschine auf dem Weg in meine Küche, keine Ahnung, im Mediamarkt schlecht behandelt wurde oder ob jemand drangestoßen ist. Was interessiert mich das? Ich will einfach, dass die Waschmaschine jetzt hier in der Küche funktioniert, oder? Ist doch völlig klar. Es ist unglaublich, mit was für einer Präzision dieser Mann mit der perfekten Zahnlinie hier die Facts bittet. Ich bin beeindruckt. Weiter so. Weiter. Sie sollte auch politisch, meines Erachtens nach, eher auf der konservativen Seite sein, nicht zu weit linksgrün. Und der nächste Punkt, sie sollte wissen, wie man mit Geld haushaltet, wie man mit Geld umgeht, wie man auch... Das ist ein persönlicher Punkt, den Karl S. hier anführt, weil wahrscheinlich kann er selber nicht gut mit Geld umgehen. Und deswegen braucht er seine persönliche Gebärputz- und Verköstigungskraft auch als Verwalterin. Verstehe ich. Absolut. Die Frau muss performen. Kurz und knapp. ...Käten setzt, wenn es um Geld geht. Und sie soll sich nicht die ganze Zeit nur irgendwelche neuen Luxussachen kaufen wollen. Also das geht gar nicht. Also Luxussachen wie Birking Bags oder Sonnenbrille oder coole Sachen, das geht gar nicht. Mit dem Geld sollte schlau gewirtschaftet werden. Da sollten nur völlig, völlig vertretbare Alltagsgebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel ein Lamborghini, besorgt werden. Nur solche Dinge. Nicht irgend so ein Frauenschnickschnack. Vor allem in der Zeit, wo es noch nicht unbedingt im Budget drin ist. Dann, für mich natürlich ganz wichtig, sportlich und fit sollte ich auf ihren... Ich habe es euch gesagt, die Frau muss trainieren gehen. Die muss immer knackig und saftig aussehen, damit der Mann, auch wenn er nach Hause kommt, immer Lust hat, kurz mal drüber zu steigen. Es geht nicht, dass die sich da gehen lässt und, keine Ahnung, Cellulite oder sonst irgendwelche Verschleißerscheinungen bekommt. Das geht einfach nicht. Die Frau muss performen. Die muss immer wunderschön aussehen, genau wie dieses Bild von Mann hier. Dieses Topmodel von Mann. Da genau so ebenbürtig muss die Frau aussehen. Anders geht es nicht. Bist du nicht so ein... Ein, wie soll ich das sagen? Ein Musterbeispiel von Perfektion im Antlitz eines Menschen, dann hast du es nicht verdient, an seiner Seite zu sein. Körper achten. Ja. Also nicht Drogen, dauernd saufen gehen, rauchen. Drogen geht gar nicht. Drogen geht gar nicht. Trembolon und Deka, Testo, bisschen Waxis, das geht. Aber keine Drogen. Das ist ausgeschlossen, geht gar nicht klar. Das sind alles so Punkte, wo ich persönlich davon Abstand nehme. Also das sind alles Punkte, die wo er so Abstand von nimmt, falls ihr es nicht richtig verstanden habt, weil ihr vielleicht nicht so intelligent und gebildet seid wie der gute Karl S. hier. Das sind alles Punkte, die wo er so Abstand nimmt. Übrigens, der Ort, wo er gerade ist, ist Wolfsburg. Hä? Macht keinen Sinn. Ich weiß auch nicht. Würde. Natürlich, klar. Klar, sicher. Gut aussehend. So wie so. Gepflegt, weiblich gekleidet. Ganz sicher. Also weiblich gekleidet. Also ganz wichtig, immer Stöckelschuhe, Absatz mindestens drei Zentimeter. Äh, natürlich muss die Frau kleiner sein als Karl S., sonst geht das nicht. Äh, Ballkleid, klar. Aber nichts Teures. Bloß nichts Teures ist das Geldverschwendung. Aber trotzdem, äh, halt perfekt. So. Äh, das ist ganz wichtig. Immer gepflegt. Immer adrett. Immer gut aussehend. Genau so ist es. Über den müssen wir jetzt nicht unbedingt reden. Ja. Dann der nächste Punkt. Intelligent und interessiert. Ja. Das heißt also. Ja. Das heißt also. Intelligent insofern, als dass sie sofort immer die Wasch, Spül und sonstige Maschinen bedienen kann. Intelligent insofern, als dass sie selbstverständlich über seine Finanzen verwaltet. Und zwar so durch Zauberhand, dass er sich Lamborghinis und was weiß ich was alles rauslassen kann. Sie dann halt einfach kaum was, damit sie am Ende des Tages den für ihn luxuriösen Lifestyle gewährleisten können. Intelligent auch insofern, als dass sie die Schnauze hält, wenn er redet. Und da kommen wir dann zu interessiert. Und zwar immer und stets interessiert an diesen ellenlangen Ausführungen von Karl S. Weiter geht's. Immer eigene Interessen haben. Eigene Freunde haben. Eigene Interessen. Zum Beispiel den Männer-Fan-Club. Oder zum Beispiel immer die aktuellsten Tutorial-Videos auf YouTube angucken. Wie man die Wasch- oder Spülmaschine entkalkt. Gleichzeitig auch eigene Interessen wie Fitness. Fitness, ganz wichtig. Schönheitseingriffe. Dezente natürlich auch immer günstig. Am besten in der Türkei mit irgendeinem Werbedeal. Mit den Karl S. vielleicht sogar über seinen YouTube promoten kann. Sodass wenig bis gar keine Kosten entstehen, die dann eventuell dem Erwerb eines neuen Lamborghinis im Wege stünden. Und ja, das sind die zwei Punkte. Intelligent und interessiert. Eigene Hobbys haben. Intelligent sein. Und interessiert sein auch. Ja, an deinem Gelaber. Auch so ein bisschen ein eigenes Leben haben. Ja. Also nachdem sie Mutter, Kochen, Fitness und natürlich auch perfekt als traditionelle Frau performen, sollen sie auch eigene Interessen haben. Nachdem also die ganzen Interessen sich immer nur darum drehen, perfekt zu performen als Accessoire für den Mann, sollen sie aber auch eigene Interessen haben. Ein eigenes Leben. Das ist ja absolut logisch und 0,0% widersprüchlich. Ist klar. Dann für mich eine Frage, die ich oft bekomme. Muss die Frau jetzt ein krasses Business haben? Nee. Muss die Frau jetzt einen krassen Job haben, eine Karriere verfolgen? Nee. Bei mir kann sie es haben. Muss sie aber nicht. Aber muss sie absolut nicht. Sie kann einfach zu Hause bleiben und die Spülmaschine einräumen. Ich sehe mich persönlich in der Rolle, immer für alles zu bezahlen. Ja. Ja. Bei jüngeren Leuten, wenn es anders ausschaut, man kann es auch anders machen. Ich gehe jetzt natürlich eben ganz klar hier von mir aus. Ja. Logisch. Dann weitere Punkte. Und zwar. Schieß los. Sie sollte extrem ehrlich und transparent sein und mit dir über alles offen sprechen können. Zum Beispiel, ich habe gerade meine Periode. Es gibt eine Alternativmöglichkeit, falls benötigt. Ansonsten endet die Periode genau an dem und dem Tag. Hier, ich habe dir schon ein Hotelzimmer im Hilton gebucht und ist all inclusive mit Frühstück bis zu dem Tag, an dem meine Periode endet. Und dann kannst du wieder nach Hause kommen. Bis dahin werde ich selbstverständlich neue Fliesen verlegen, die Spülmaschine entkalken, die Kinder zur Schule bringen und wieder abholen. Und falls sonst noch irgendwas benötigt wird, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Ja, nichts hinten rum und so weiter und so fort. Und sie sollte auch in der Lage sein, logisch zu argumentieren. Ja. Nicht nur emotional zu argumentieren. Ja, Xenia, du hast natürlich recht. Es ist nicht alles schlecht, was er sagt. Es ist gut, wenn man über alles offen sprechen kann. Stimmt, es ist nicht alles schlecht, was er sagt. Hitler hat auch richtig gute Autobahnen damals gebaut. Das stimmt, ja. Und sie sollte auch emotional relativ stabil sein. Also nicht die ganze Zeit irgendwie rumschreien, weinen, alle solche Sachen. Oh Gott, also so weit kommt es noch, dass wir dann die emotionalen Ausbrüche, ja, also die Unvollkommenheiten, die charakterlichen, der Frau ausbaden dürfen. Also so weit kommt es noch. Das ist ja lächerlich. Die Frau hat zu funktionieren, weil sie Spaß daran hat als Männerfan. Die traditionelle Rolle beinhaltet keinerlei, ich wiederhole, keinerlei Platz für so etwas Absurdes wie öffentlich ausgelebte Emotionen. Emotionen, schön und gut, ist ja auch so ein Frauen-Schein. Damit haben wir Männer natürlich nichts zu tun, weil wir hart sind, Tiere jagen gehen, Frauen und Männer kontrollieren, weil wir eben die Kontrolle über alles haben. Und es ist klar, dass die Frauen Emotionen haben, aber das ist das Bier der Frauen. Damit haben wir nichts zu tun. Das heißt nicht, dass Frauen Bier trinken dürfen. Das wäre mir auch schon wieder zu autark. Weiter geht's. Dann wäre ich sehr vorsichtig damit. Ja, sehr vorsichtig. Dann, sie sollte nach Absprache natürlich, wenn es von vornherein klargestellt wird, dich bei deinen geschäftlichen Zielen unterstützen können. Und wenn was vereinbart wird, sich auch dran halten, ohne viel rumzunörgeln. Ja, das muss man Frauen auch erklären. Man muss leider sagen, also ich bin jetzt kein Fan dieser Theorie, dass Männer intelligenter sind als Frauen. Auch wenn Frauen natürlich, es ist halt einfach so, kleinere Gehirne haben. Aber man muss Frauen das schon von vornherein erklären, dass die sich an Abmachungen halten müssen. Das ist für uns Männer absurd, dass wir das noch erklären müssen. Wir Männer wissen das alle. Wir halten uns ja alle grundsätzlich immer an Abmachungen. Auch in meiner Zeit als Musiker in der Deutschrap-Szene habe ich eigentlich immer nur astreine Erfahrungen gemacht mit Männern, die sich selbstverständlich immer an jegliche Abmachungen gehalten haben. Bei Frauen ist es leider nicht selbstverständlich. Deswegen muss man das denen manchmal schon erklären. Das heißt, wenn du von vornherein klarstellst, hey, ich arbeite halt nun mal, jetzt mal eine Phase lang, 60, 70, 80 Stunden. Ich bin ein paar Mal unterwegs, wenn eben nicht die ganze Zeit rumnörgeln und fünfmal am Tag anrufen. Ja, also das ist auch wirklich unnötig. Also ich finde, da muss man auch Verständnis haben. Wenn der Mann schon der Provider ist und sich um alles kümmert, dann muss die Frau das auch schon mal aushalten. Wenn man mal eine Woche auf Geschäftsreise ist, dass man da mit den Kollegen von Wirecard zusammen auch da mal in den Saunaclub geht. Und also es ist halt, es ist doch, es ist doch nichts Verwerfliches. Es ist doch, es ist doch ein offenes Geheimnis, dass geschäftliche Beziehungen intensiviert werden beim gemeinsamen Saunaclubbesuch. Und es ist doch logisch, dass eine Prostituierte einem nichts bedeutet. Das ist einfach eine Dienstleistung, fertig aus, danach kommt man nach Hause. Wie sagt man so schön? Appetit wird sich draußen geholt, aber gegessen wird zu Hause. Das ist ein passendes Sprichwort. Gilt natürlich nur für Männer, nicht für Frauen. Aber, also da muss eine Frau schon Verständnis aufbringen und auch nicht die ganze Zeit rumnörgeln. Sowas ist nervig, ist ärgerlich. Da hat die Frau nicht rumzunörgeln. ... am Tag schreiben. Also so klammermäßig. Das sollte nicht der Fall sein, sondern ganz entspannt. Ganz entspannt. Man meldet sich. Ganz entspannt. Schatz, wo bist du? Ach so, im Puff, ja, okay. Okay, ja, dann melde dich bei mir, wenn du raus, wenn du wieder rauskommst. Also wenn du draußen bist. Also, ja, melde dich dann. So, das ist so ein typisches Telefonat, wie Karl S. das unzählige Male mit seiner geliebten Frau führt. Ich bin mir sicher, Karl hat natürlich schon längst eine Familie mit 5, 6,000 Kindern. Selbstverständlich mit einer Frau als traditionelle Familie bin ich mir hundertprozentig sicher. Da gibt es gar keine Alternative. Gut drauf. Solche Punkte, okay. Jetzt wieder ein paar kritische Punkte. Oh. Das ist jetzt wieder sehr konservativ. Ja, aber ich dachte, hier kommen nur Green Flags. Kommen jetzt doch ein paar Red Flags? Ich bin ein bisschen verwundert. Und zwar, Männer sind im Datingbereich eher Vertriebler und Frauen sind eher Marketer. Das heißt also übersetzt, wenn du als Mann an neue weibliche Kontakte kommen willst, dann musst du proaktiv Frauen anschreiben, Frauen ansprechen, Frauen anrufen. Denn wenn du einfach nur auf Instagram chillst, es sei denn, du bist unter den Top 5% vom Aussehen der Männer oder irgendwie sowas, dann wirst du im Regelfall kaum bis gar nicht von Frauen angesprochen, okay? Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Nur Männer kontaktieren Frauen. Frauen kontaktieren Männer nicht. Das ist ein offenes Geheimnis. Nur die obersten 5% der Top-aussehendsten Männer, so wie Karl S. hier zum Beispiel, sind kaum bis gar nicht von Frauen angesprochen, okay? Ja. Du kannst also... Absolut richtig. Also man, es passiert einfach nicht. Deswegen, lasst euch gesagt sein, auch an die Frauen, die mich anschreiben, hört auf damit. Frauen schreiben keine Männer an. Nur Männer schreiben Frauen an. Und das selbstverständlich im Imperativ, so wie Koch mal oder Schick mal Nutz oder Ruf mal an oder Warte oder so. Nur so funktioniert es. Niemals andersrum. Es geht nicht. Schreibt eine Frau einen Mann an. Aus Eigeninitiative heraus. Und ist auch noch so selbstbewusst, dass sie ihm sagt, ey du bist echt süß oder du gefällst mir. Dann würde sie ja den Stolz und die Ehre des Mannes untergraben, wenn dieser Mann natürlich absolut mikroskopische Hoden hat, so wie Karl S. Auch abends weggehen, alleine, du kannst auf Insta sein, du kannst da überall sein und sofern du keinen Vertrieb machst, also nicht aktiv ansprichst im Endeffekt, bekommst du keine Leads, du bekommst keine Kontakte, du kommst nicht in Kontakt. Ey, ich bin ehrlich, ne, ich hab keine Ahnung, ich hab gar keine Ahnung und es kann auch sein, dass der Typ komplett, äh, also aktuell komplett clean ist, aber ich schwöre bei Gott, ne, dieses Geschmatze, was der da macht die ganze Zeit, ich kenn das nur von Koksern. Ich sag, ich muss, ich muss es mal loswerden, ich denk das seit Tag 1, seit ich dem zugucke, aber dieses, dass die Zähne auch immer so draußen sind, ich schwöre, ich kenn das nur von Koksern. Ich kenne das nur von Koksern und ich kenn leider Gottes einige, das ist so, boah. Das heißt, ein Mann, der kann locker, 10 Mal in eine Bar gehen, weggehen, Party machen, Insta haben und posten, da kommen sowieso fast gar keine Kontakte rein. So, bei einer Frau wiederum, eine Frau ist eher ein Marketer, was heißt das jetzt übersetzt, business technisch, beziehungsweise von business technisch übersetzt? Ich erkläre euch das auch kurz, weil ich hab natürlich auch, äh, jahrzehntelange Business-Erfahrung, äh, so wie Karl S., nur echte Marketer können euch das erklären. Frauen posten, äh, geile Bilder von sich auf Instagram und machen sich interessant, das will er jetzt euch erklären mit dem krassen Marketing. Man merkt schon, das ist ein Typ vom Fach, der kennt sich aus mit Vertrieb und Marketing, stark. Ins Beziehungstechnische, wenn eine Frau einfach nur ein Insta hat, wenn sie einfach nur allein abends weg geht, okay, dann ist es so, dass die auch ohne, dass sie es will, sogar, ohne dass sie es proaktiv macht, wird sie einfach von Männern angesprochen. Das heißt also, bisschen hier, das ist runter, ja, das heißt also, sie bekommt Nachrichten, sie wird angesprochen und ein anderer Typ will bei der Frau landen. Deswegen, je nachdem, wie du selber drauf bist, wie selbstbewusst du bist, wie stark die Beziehung schon ist, ist es tendenziell besser, wenn die Frau jetzt hier Insta und so weiter nicht für Business benutzt, wenn sie es halt auf Privat hat, wenn sie auch nicht die ganze Zeit selber mit ihren Girls weg geht. Ja, das geht nicht. Und schon gleich gar nicht, jetzt kommt natürlich wieder so ein Punkt, Wenn sie auch viel mit männlichen Freunden rumhängt. Also, so weit kommt es noch. Also, dass eine Frau männliche Freunde hat, also, ganz ehrlich, also, wen wollt ihr verarschen? Das geht nicht. Frauen und Männer können nur befreundet sein, wenn es ums Buchen geht. Sonst geht das einfach nicht. Das ist völlig klar, weil Männer könnten ja aufgrund ihres maskulinen Jagdinstinkts überhaupt gar keine 10 Minuten mit einer Frau verbringen, ohne sofort über sie herzufallen. Das weiß doch jeder. Das ist doch total lächerlich, wer da jetzt rumdiskutieren will. Es kann freuen... Das ist absolut richtig, lolz, äh, ZP. Teilweise hat Karl auf jeden Fall recht, ganz klar, hat er auf jeden Fall ganz klar recht. Teilweise schon. Wenn er, äh, zum Beispiel, äh, mit dem Video aufhört und auf Stopp drückt, dann hat er recht. Das ist berechtigt. Stopp zu drücken, weil ansonsten das Video voller Bullshit ist. ...Gefürgen zwischen Mann und Frau. Ich glaube auch, dass Frauen weggehen können, alleine und auf Insta sein können und angeschrieben und angesprochen werden können und am trotzdem bravsten und nichts machen. Aber die Versuche kann natürlich potenziell da sein. Eben. Und, ja, wenn hier einfach von Haus aus da privater ist, das wenig, das gar nicht macht, ist es einfach definitiv besser. Klar, sicher. Der Karl S., der kann natürlich sein Instagram offen ausleben, mit Frauen rumschreiben, Frauen anschreiben, weil der ist natürlich ein Businessman, dem sein Instagram ist total wichtig, weil der muss ja die ganzen Leute scammen, damit er sich seinen luxuriösen Lifestyle finanzieren kann. Der muss ja mit den Träumen von Jungs spielen, die hinterm PC sitzen und auf die Tastatur manchmal und denen irgendwie verkaufen, dass die genauso glamourös und luxuriös leben können wie er und dafür halt eben diese Kurse bei ihm belegen, nachdem die so einen Gratis-Workshop gemacht haben. Und aus diesem Grund muss natürlich Karl S. unbedingt ein Instagram haben, auch mit Bildern, wo er seinen Oberkörper entblößt und sowas, damit er in Kontakt auch mit Frauen kommt, weil er ist halt ja auch nur Mann. Also er muss ja auch ab und zu sich die Hörner abstoßen. Das ist ja auch im Sinne seiner traditionellen Frau, weil Gott bewahre, stell dir vor, wenn der sich nicht draußen ab und zu mal austoben könnte, das wäre ja auch nicht gut für die Frau, weil seine Maskulinität könnte zu viel für sie werden und dann wäre das eventuell kontraproduktiv für das harmonische, traditionell konservative Ehebett zu Hause. Deswegen hat er natürlich absolut recht. Es ist besser, wenn Frauen kein öffentliches Profil bei Instagram haben. Lieber privat, lieber, am besten natürlich gar keins, aber dann kann Karl die nicht finden. Also von mir aus ein Profil, aber privat. Und warten, bis man angeschrieben wird von so einem Traumprinzen wie dem Prachtkerl hier und wenn man dann angeschrieben wird, auch am besten alle Profilbilder rausnehmen. Ist ja ganz klar. Ach so, übrigens, wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Die kommen ja auch aus Ländern, die nicht kulturell zu Europa passen. Wenn sie also weniger weg geht, wenn sie nicht auf Instagram öffentlich ist und so weiter und so fort. Das sind also einfach Punkte, auf die man da achten sollte. Mir persönlich, ich bin froh, wenn die mal alleine weg geht und so weiter, aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache und auch nicht jeder ist so gefestigt in seiner Beziehung eventuell. Ja. So. Der nächste Punkt und zwar jetzt bin ich gespannt. die Anzahl der vorigen Partner und auch im gleichen Zuge. Der sogenannte Bodycount, der muss natürlich gering sein. Das ist klar. Wenn die Frau vorher zu viele Partner schon hatte, dann wächst natürlich die Gefahr, dass jemand mit einem kleineren oder dünneren P***, wie er jetzt hier zum Beispiel, sich dann irgendwie schlecht fühlen könnte, weil er irgendwie denkt, dass er nur etwas wert ist, wenn er einen großen Baumstamm hat und die Gedanken, die er sich halt macht, werden halt immer schlimmer und erdrückender, je mehr Partner sie vorher hatte. Und deswegen muss sie da transparent sein und natürlich wenige Partner haben, denn logischerweise muss sie ja seine Sorgen und Bedenken auf jeden Fall teilen, denn sie ist ja ein Männerfan. Ganz im Gegenteil zu ihm, der von ihren Gedanken und Sorgen am besten gar nicht behelligt werden sollte. Das sind schon ziemlich gute Punkte. Also wenn du natürlich ein absoluter Loser bist, dann sind das echt wichtige Punkte, ganz klar. Die Offenheit, mit dem sie über sexuelle Dinge spricht, beziehungsweise wie freizügig sie unterwegs ist. Wenn sie natürlich die ganze Zeit ultra freizügig unterwegs ist, Leute, das ist halt Marketing. Also ich muss sagen, mich wundert das schon. Es war doch, ich liebe seine Standbilder, war nicht er, wir haben doch ein Video von ihm gesehen, wo er halt meint, es wäre viel besser, wenn die Flüchtlinge bei sich bleiben und man denen dort hilft. Oder er war doch so, das ist eine Überfremdung. Oder ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen, weil ja die anderen Kulturen, sie sind so fremd. Und da, ich glaube zwar nicht, dass er das jetzt so explizit gesagt hat, aber da spielt ja auch oft immer dieses, ja, das passt halt kulturell nicht zu uns, weil die verschleiern ja alle ihre Frauen und bla. Aber das, was er jetzt hier gerade redet, hat also so wenig mit so einer modernen, weltoffenen, westlichen Welt zu tun, wie, keine Ahnung, meine Ahnung mit dem Tageslicht. Es ist Marketing. Und wenn die natürlich auch auf ihrem Instagram schon Bilder gehabt hat von Dubai, Mykonos, Ibiza. Das geht gar nicht. Also Dubai alleine, okay. Mykonos, absolut richtig ausgesprochen. Alleine auch, okay. Aber beides geht auf gar keinen Fall. Es geht einfach nicht. Weil das wäre ja auch für Carl S. langweilig, weil er an beiden Orten war. Dann würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass eventuell eine der Freundinnen dieser Frau Carl S. kennt und weiß, was der für ein K*** ist. Und dann wären ja wiederum seine Chancen schlechter. Versteht ihr? Und Tomorrowland, aber selber eigentlich nur zwei, drei netto verdient und sich auch noch vielleicht postet im Private Jet auf einer Yacht mit Business Class flügen, dann wisst ihr halt eher schon, was läuft. Und die sollte halt, wenn es geht, nicht Onlyfans gemacht haben, niedrigen Body Count haben. Und wenn sie auch nach eurer Recherche mit sehr wenig Männern zu tun hatte, ist es natürlich tendenziell positiv, zu bewerten, okay. Also das waren jetzt mal ein paar wirkliche Points, wo eigentlich relativ klar sind. Also ich finde auch, ich finde die Points waren ziemlich klar, auf jeden Fall. Es war auch gut, dass die zum Beispiel Point 5, Point 1 bis 4 nochmal zusammengefasst hat und dass die Points sich auch gegenseitig widersprechen, dass sie, obwohl es eigentlich zehn Green Flags bei Frauen heißt, dieses Video, dass da auch lauter Red Flags dabei sind. Ich finde, es sind ziemlich gute Points. Es lassen sich hierbei gute Rückschlüsse auf den Intelligenzquotienten von Karl machen, der sich höchstwahrscheinlich im einstelligen Bereich, wie eventuell vielleicht auch die P-Länge befinden dürften. Du triffst die, sie ist eher privat, ein bisschen zurückhaltend, trotzdem sportlich, weiblich. Perfekt, kochen. Sie ist interessiert, all diese Punkte. Genau, interessiert. Und was musst natürlich du dafür sein? Reich. Es sollte halt wirklich ganz stark in die Richtung gehen. Reich, muskulös, businessman. Du musst Karl S. seine Kurse belegen und du musst halt konservativ sein. Irgendwie gerne Trump einblicken wollen und sowas, denke ich. Mann, also motiviert, ambitioniert, Ziele haben, strukturierten, proaktiven Tagesablauf, sozialkompetent, Kontakte, Geld verdienen, im Job oder im Business Gas geben, fit sein, trainieren, gute Ernährung, nett, charmant, einfach all diese Dinge, okay? Und wenn du sagst, du willst in diese Richtung reingehen, dann mach mein Kost. Komm einfach bei mir auf ein Telegram. Ey, wie geil der ist. Okay, das ist schon fast wieder witzig. Dieser ganze Flirt-Tipp, Red Flag, Green Flag Schwachsinn ist einfach nur, um Werbung für seinen Scam-Kurs zu machen, okay? Also da könnte ich mir vorstellen, dass seine Frau als Karl S. Fan zu Hause sitzt und sagt, ja, Karl, go Karl, go Karl, sehr gut, zieh den kleinen Losern das Geld aus der Tasche, sehr gut, Karl. Schreib hier per WhatsApp hin, Telegram und auch zum Beispiel Businessplan, Fitnessplan. Top, top. Dann bekommst du von mir diese Sachen zugesendet. Also das heißt, du kommst dann da auf den Kanal, da wird die ganze Zeit nur Dinge in diesem Bereich gepostet, also wie du zu diesem Mann werden kannst. Und dann kannst du auch hinschreiben, ich will einen Businessplan, ich will im Bereich Immobilien, ein geiles Online-Seminar. Rotlicht. All diese Dinge haben wir. Was ist mit Kursen für Scam, Karl? Also wie man Zuschauer abziehen kann, indem man den Traumblasen verkauft. Gibt es da auch einen guten Kurs bei euch? Schon drin und dann schicken wir es dir auch noch extra gratis zu. Gratis? Schreibt mir gerne eure Kommentare rein. Dann mache ich also auch nochmal ein Video mit Red Flags. Jetzt wisst ihr also Bescheid. Also da in diesem Video eigentlich auch genauso viele Red Flags wie Green Flags vorkamen, dürfte ja dann einfach ein Video mit Red Flags einfach genau das gleiche nochmal sein, oder? Das ist echt unglaublich, Alter. Und da habt ihr jetzt mal gute, locker 10 Green Flags. Super. Was ich mich gerade frage ist, also gibt es echt reiche Menschen oder Menschen mit genug Geld? Und so von mir diese Sachen. Gibt es echt Menschen mit genügend Geld, die seine Kurse belegen, dass die da wirklich ihm diesen Lifestyle finanzieren können? Oder sitzt er einfach nur in einem Ford Fiesta und hat sich diese Aufnäher da auf die Sitze geklebt? Weil, also ich muss echt ehrlich zugeben, ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie jemand, der ausreichend Gehirnzellen hat, um in der richtigen Abfolge nacheinander ein-, aus- und wieder ein- und wieder auszuatmen, wie der das überzeugend finden kann. Also das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Idiocracy Level. Also du musst ja wirklich restlos Gehirn amputiert sein. Also dein Schädel-Innenraum muss ja wirklich besenrein hinterlasten worden sein von deinem längst ausgezogenen Gehirn, damit du denkst, ja Mann, ich glaube, ich werde ab heute mein Leben neu beginnen. Ich werde einen Kurs bei Karl Eis belegen. Verdammte Scheiße, ich will auch reich werden. Und viele Weiber... Also ich kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen, wie man das überzeugend finden kann. Heftig. Also ganz klare Empfehlung an euch alle. Also wenn ihr reich werden wollt, wenn ihr erfolgreich werden wollt, wenn ihr Glück in der Liebe haben wollt und generell einfach geile Mann sein wollt, dann würde ich euch einfach empfehlen, Karl S. seinen Kanal zu blockieren, damit ihr keine Videos von ihm vorgeschlagen bekommt. Ansonsten verliert ihr einfach nur euer Geld für so einen Schwachsinn, Alter. Ja, ja, klar. Die Zielgruppe sind 100% wirtschaftlich schwache junge Männer, die halt träumen. 100%ig. Krass. Krass. Heftig, wirklich. Was für ein ekelhafter Typ, wirklich.